Sie kam immer, immer zu meiner Schwester in Ellingen, hat sie besucht. Nicht einmal meine Schwesterfreund, nicht einmal die eigene Mutter hat sie besucht, im Altersein. Da habe ich gesagt, um Christoph, zu meiner Schwester, mit 33, du bist der Nächste, habe ich um Christoph gesagt und werde gut mit uns, und zwei Tage ist er gestorben. Vertraue und glaube, es geht um Christoph. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020